Joseph-Marie Jacquard war ein französischer Erfinder, der durch seine Weiterentwicklung des Webstuhls entscheidend zur industriellen Revolution beitrug. Leben Jacquard wurde in Lyon als Sohn eines Webers geboren. Sein Vater besaß eine Werkstatt mit mehreren Webstühlen und seine Mutter arbeitete als Mustereinleserin in einer Seidenmanufaktur. Bereits als Kind musste Jacquard die Musterfäden ziehen. Weil ihm diese Arbeit verhasst war, lernte der junge Jacquard das Gewerbe eines Buchbinders. Trotzdem erbte er nach dem Tod seiner Eltern deren Werkstatt und begann in dieser, die Musterweb-Technik zu mechanisieren. Seine ersten Versuche blieben jedoch erfolglos und Jacquard verarmte zusehends. 1789 brach die französische Revolution aus. Lyon und Jacquards Werkstatt wurden zerstört. Erst 1795 kehrte Jacquard nach Lyon zurück, wo er seine Versuche weiterführte. Durch die Revolution lag die Wirtschaft da nieder und Jacquard fand einige Textilfabrikanten, die seine Versuche finanziell unterstützten. Einige wichtige Verbesserungen am Produktionsprozess und den Webstühlen verhalfen ihm zu einigem Ansehen und einer Berufung an das Konservatoire des AC Meziers durch Napoleon Bonaparte im Jahr 1804. Dort entdeckte Jacquard die zerlegten Reste von Wowtschansens Webmaschine und rekonstruierte diese. Schließlich kombinierte er dessen Steuerungstechnik mit Techniken der österreichischen Musterwebstühle. Die Jacquard-Musterwebmaschine. Siehe auch Jacquard-Webstuhl Jacquard-Musterung. Die wichtigste Verbesserung von Jacquards Musterwebstuhl gegenüber all seinen Vorläufern bestand darin, dass er die Nockenwalze der österreichischen Webstühle durch das Entlosprinzip der Lochkartensteuerung ersetzte. Dadurch konnten endlose Muster von beliebiger Komplexität mechanisch hergestellt werden. Auf der Lochkarte waren allerlei Informationen über das zuwebende Muster enthalten. Die Karten wurden mit Nadeln abgetastet, ein Loch bedeutete Fadenhebung, kein Loch Fadensenkung. Diese beiden Informationen reichten aus, um großflächige Musterungen herzustellen. Genauer gesagt handelt es sich nicht um Karten, sondern um lange Lochstreifen und somit um eine frühe Anwendung der Digitaltechnik. Dieser Webstuhl war somit die erste programmierbare Maschine, deren Steuerung dauerhaft aufgehoben und später erneut verwendet werden konnte. Sie ist damit ein Grundstein zur heutigen Automatisierung. Der Jacquard-Webstuhl beseitigte das letzte Hindernis zur vollständigen Automatisierung der Weberei. Die kostengünstige Umstellung von Mustern bei der Herstellung wechselnder Webmuster auf derselben Maschine. Napoleon war von Jacquards Steuerungssystem begeistert und sprach ihm zur Belohnung eine lebenslange Rente zu. 1806 versuchte Napoleon, die neuen Webstühle per Regierungsdekret durchzusetzen, stieß jedoch auf verbitterten Widerstand der Zünfte, die sich durch die fortschreitende Automatisierung in der Textilindustrie bedroht fühlten. Jacquard wurde mehrmals angegriffen und vor Gericht gebracht. Nachdem jedoch die englischen Textilfabriken anfingen, Jacquard-Webstühle einzusetzen, konnte sich die Technik in Frankreich ebenfalls durchsetzen. Im Jahr 1810 wurde Jacquard mit dem Kreuz der Ehrenlegion geehrt. 1812 gab es in Frankreich etwa 18.000 Jacquard-Webstühle. Noch heute werden in der Kammern Jacquard-Weberei in Braunsdorf bei Chemnitz diese Stoffe hergestellt. Im Weberei-Museum in Bramsche bei Osnabrück und im Haus der Seidenkultur in Krefeld werden Jacquard-Webstühle in Funktion gezeigt. Eine funktionstüchtige Jacquard-Maschine ist außerdem im Heinz-Nix-Dorf-Museumsforum in Paderborn ausgestellt. Im Tim in Augsburg sind neben zwei Jacquard-Webstühlen mehrere weitere Webmaschinen in Funktion zu sehen. Im Tim in Augsburg